Alice White – Geheimnisse der Vergangenheit Die mysteriösen Fälle von Sherlock Holmes und Pater Brown Folge 3 Nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle und Gilbert Keith Chesterton Gelesen von Gary Hungbauer Was bisher geschah Der Meisterdetektiv Pater Brown ist von Scotland Yard beauftragt worden, einen mysteriösen Fall zu lösen, bei dem immer mehr Mönche aus unterschiedlichen Klöstern und Orden in ganz England spurlos verschwinden Als der Klostergärtner Bruder Gabriel aus Pater Browns eigenem Kloster der Waltham Abbey verschwindet, ist Pater Brown befangen und bittet Sherlock Holmes um Unterstützung Gemeinsam mit Dr. Watson finden die drei die richtige Spur, die sie zur Ruine Shadowkeep in Epping Forest führt, wo der entführte Bruder Gabriel festgehalten wird Der Entführer, der mutmaßlich an Rachitis leitet, hat es auf Bruder Gabriels Pflanzentinktur, der Solara Elixiris, abgesehen, die aufgrund ihres hohen Vitamin-D-Gehalts für ihn heilsam ist. Da die Tinktur allerdings noch nicht frei von Giftstoffen ist, nötigt er Bruder Gabriel, die Tinktur als erster einzunehmen, um mögliche lebensgefährliche Auswirkungen an ihm beobachten zu können. In der Tat treten bei Bruder Gabriel schwere Vergiftungserscheinungen auf, die schließlich zur Bewusstlosigkeit führen. Doch wie sich herausstellt, geht es bei der Entführung Bruder Gabriels nicht nur um das Vitamin D der Solara Elixiris. Mehrere vermummte Mönche verwenden die Pflanze für ein Heilritual, das sie in der Höhle von Shadowkeep zelebrieren. Die genauen Absichten und die Identität der Maskierten bleiben allerdings im Verborgenen. Sherlock Holmes, Potter Brown und Dr. Watson befreien Bruder Gabriel mit Hilfe des ortskundigen Bruder Silvanus, gerade rechtzeitig aus der Höhle, um ihn ins Waltherm Abbey Hospital zu bringen, wo er sich bald von der Pflanzenvergiftung erholt. Bruder Cedric, ebenfalls aus dem Kloster Waltherm Abbey, wird als Maulwurf entlarvt und an Scotland Yard übergeben. Die Verhöre haben bisher kaum Ergebnisse erbracht, da Bruder Cedric sich wenig kooperativ zeigt und die Inspektoren immer wieder mit seinen kuriosen Geschichten hinters Licht führt. Inspektor Lestrade von Scotland Yard schließt Sherlock Holmes von weiteren Ermittlungen in diesem Fall aus. Doch Pater Brown, der nach wie vor mit Scotland Yard zusammenarbeitet, entscheidet sich dazu, gemeinsam mit Sherlock Holmes und Dr. Watson verdeckt weiter zu ermitteln. Pater Browns Tagebucheintrag Sonntag, 1. Dezember 1889, 1. Advent Diese Folge wird aus Sicht von Pater Brown geschildert. »Soll ich bei Ihnen vor der Tür auch Salz streuen, Pater Brown?« rief Bruder Emanuel, der Pförtner der Waltherm Abbey, mir durch das halb geöffnete Küchenfenster zu und zog einen riesigen Sack Salzkörner hinter sich her. Mit einer dankenden Geste bejahte ich und widmete mich dann dem pfeifenden Teekessel zu. An diesem ersten Adventssonntag waren meine geschätzten Kollegen Sherlock Holmes und John Watson auf dem Weg zu mir in die Waltherm Abbey, um über die neuesten Erkenntnisse und die weitere Vorgehensweise im Fall der verschwundenen Mönche zu sprechen und zu beratschlagen. Ich war gerade dabei, in meiner kleinen Küche des Gästehauses Tee zuzubereiten, während Bruder Emanuel draußen weiter fleißig Salz ausstreute. und die Zugangswege vom vielen Schnee freischaufelte, der über Nacht gefallen war. Fielen dicke Flocken weiterhin still und andächtig auf den meterhohen weißen Samtteppich und bedeckten die kahlen Obstbäube im Klostergarten mit einer dicken Schneeschicht. Einige Vögel saßen auf den Zweigen und pickten genüsslich an den Leckereien, die ich meinen gefiederten Lieblingen aus Samen, Getreide, Früchten und Fett zu Kugeln geformt und an dünnen Schnüren befestigt hatte. Andere Vögel fraßen aus dem bunten Futterhäuschen auf meinem Fenstersims und zwitscherten dabei so vergnügt, als würden sie sich auf die nun anstehende Adventszeit freuen. Von der winterlichen Atmosphäre angetan, summte ich ein Weihnachtslied vor mich hin und erinnerte mich an die letzten Tage, in denen ich Weihnachten bereits gemeinsam mit der benediktinischen Bruderschaft in Waltham Abbey verbracht hatte. In der Adventszeit zeigte sich das Kloster stets von seiner mystischen Seite. Eine Komponente, die nicht von der Hand zu weisen war. Überhaupt waren in den letzten Jahren während dieser Zeit die eigentümlichsten Dinge in der Stadt Waltham Abbey geschehen. Letzte Weihnachten war es sogar so kurios geworden, dass viele Einwohner Waltham Abbeys inzwischen an einen Spuk glaubten. Angefangen hatte alles damit, dass die Kirchturmglocken der Waltham Abbey mitten in der Nacht zur Wintersonnenwende, also am 21. Dezember, urplötzlich anfingen zu läuten. Und zwar so laut, dass sie sämtliche Bewohner der Kleinstadt aus ihren Betten schmissen. Auch ich wurde davon wach, ließ mich aber zunächst nicht weiter davon stören. Hielt ich es doch für nicht unwahrscheinlich, dass in dieser besinnlichen Zeit der Weihnacht eine Mitternachtsmesse abgehalten wurde, die ich nicht auf dem Zettel gehabt hatte. Einige Zeit verging, in der das Geläut weder langsamer noch leiser wurde. Im Gegenteil, Volumen und Tempo der Musik schienen sogar so richtig an Fahrt aufzunehmen. So auch die vielen Stimmen der verärgerten Einwohner, die zusätzlich an mein Ohr drangen. Da mein Gästehaus unweit des Kirchtums lag, konnte ich durchs Stubenfenster beobachten, wie immer mehr schlaftrunkene Brüder und andere Bewohner Waltham Abbeys in ihren Schlafgewändern nach draußen taumelten und sich nach und nach vor dem Turm der Waltham Abbeys versammelten. Die Menschentraube erinnerte mich an einen Bienenschwarm, der summend mal hierhin, mal dorthin ausschwärmte und sich dabei unfreiwillig in das Glockenkonzert einbettete. Die Leute waren ziemlich aufgebracht und gestikulierten wild umher, bedauerlicherweise kein ungewohntes Bild in jenen Tagen. In der Tat war es in Waltham Abbeys bereits in den Jahren zuvor, während der Adventszeit, immer wieder zu größeren Streitereien gekommen, so auch in den letzten Tagen. Die immer wieder aufkeimenden Fäden hatten eine gewisse Tradition in Waltham Abbeys, deren Spur bis ins finstere Mittelalter zurückführte. Damals wie heute ging es bei den Auseinandersetzungen um Besitztümer und Grundstücke. Außerdem kursierten Gerüchte über einen alten Schatz aus dem Mittelalter, von dem ein Teil in Epic Forest vergraben liegen sollte und um dessen rechtmäßiges Erbe immer wieder gestritten wurde. Im Grunde hatte sich auch in diesem Jahr an der Thematik nicht viel geändert. Waltham Abbeys schien regelrecht von einem Fluch überschattet zu sein und das nächtliche Glockengeläut schien in diesem Jahr dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Als die Kirchturmglocken nach einer halben Stunde immer noch nicht ihren Geist aufgegeben hatten, entschied ich mich dazu, es mir mit einer guten Tasse Tee gemütlich zu machen und das Spektakel vom Lehnsessel aus zu genießen. Mit Blick auf den von vielen Lichtern beleuchteten und emsigen Bienchen umschwärmten Weihnachtsbaum schlürfte ich verträumt meinen Tee und spürte, wie allmählich die Lebensgeister in mir wach wurden. Inzwischen hatte man offensichtlich den Küster geholt, der sich um die Angelegenheit kümmern sollte. Doch auch er schien nicht imstande zu sein, die Glocken zum Stillstand zu bringen und kletterte aufgeregt im Kirchturm hin und her. Schließlich sprang er in seiner Verzweiflung an eines der Glockenseile, was mit Verlaub sehr komisch aussah, und pendelte für einige Zeit lautfluchend mit der Glocke hin und her. Doch sein Fluchen wurde nicht erhört. Die Kirchturmglocken läuteten unbarmherzig weiter und schallten durch die ganze Stadt. Weder Polizei, noch Feuerwehr, noch sonst jemand konnte den bronzenen Klängen ein Ende setzen. Wie in drei Gottes Namen die Glocken derart in Schwung versetzt worden waren, blieb uns allen ein Rätsel. Und so erstaunlich es auch klingen mag, seit jener Nacht halten die Glocken unaufhörlich durch die Luft, Tag wie Nacht. An Heiligabend hatte die Stimmung in Waltham Abbey dann ihren alljährlichen Tiefpunkt erreicht. Mit dem Unterschied, dass dieses Jahr, dank des anhaltenden Geläuts, doch noch Luft nach unten gewesen war. Und eine Glockenpause schien nach wie vor in weiter Ferne. An jenem Morgen erlebte unser ehrenwerter Ordensbruder Chamuel etwas Außergewöhnliches. Eine Begegnung mit einem Weihnachtsengel, wie er behauptet. Nach seiner Rückkehr aus dem Epping Forest traf er am Waldrand auf ein fremdes Mädchen, das auf dem Weg zu einer Kirchenfeier war. Das Gespräch drehte sich um das anhaltende Glockenläuten und das Mädchen teilte ihm höchst ungewöhnliche Botschaft mit. Du, Bruder Chamuel, bist auserwählt, die Nächstenliebe sowie die Selbstliebe, die allem vorangeht, unter die Menschen in Waltham Abbey zu tragen. Noch am selben Abend sollst du den Einwohnern die Botschaft der Liebe überbringen. Versammle die Menschen auf dem Marktplatz, wo der Streit am lautesten ist, und stimme gemeinsam mit deinen Brüdern und Schwestern ein Weihnachtslied an. Schenke den Menschen in Waltham Abbey Mut und Hoffnung für die wahre Liebe, die alles heilen kann. So auch die Zwistigkeiten in der Stadt. Obwohl die Botschaft des Mädchens an Bruder Chamuel zunächst merkwürdig klang, erkannte er doch bald die tiefere Bedeutung dahinter. Er hatte eine Art innerer Eingebung, wie er mir später erzählte, dass dies für die Stadt Waltham Abbeys von großer Bedeutung war. Angetrieben von seiner Intuition trug er unseren Brüdern auf, dem Glockenlärm zum Trotz, sämtliche Einwohner der Stadt am heiligen Abend auf dem Marktplatz zu versammeln, sofern sie Zeuge eines wahren Wunders werden wollten. Grießgrämig, aber dennoch neugierig, gesellten sich nach und nach immer mehr Menschen zu uns Brüdern auf den Marktplatz. Von hier aus hatten wir eine gute Sicht auf den Kirchturm. Die Einwohner hielten sich verbissen die Ohren zu, während Bruder Chamuel die Stufen der Abteikirche entklomm und begann, lauthals ein Weihnachtslied anzustimmen. Wir Brüder stimmten sogleich mit ein und ermutigten, die anderen ebenfalls mitzusingen. Zuerst widerwillig und zögerlich, dann mit zunehmender Begeisterung, ließ sich einer nach dem anderen auf den Gesang ein und erleichterte sich auf diese wunderbare Weise von dem Frust der vergangenen Tage. Schließlich hatte sich eine beträchtliche Anzahl von Sängern auf dem Marktplatz versammelt und die einzelnen Stimmen verschmolzen zu einer Melodie, die die Klänge der aufdringlichen Glocken übertönte. Auf einmal schienen die Glocken im Kirchturm immer weiter in die Ferne zu rücken. Dabei leuchteten sie geradezu friedlich und anmutige Mondscheine auf uns herab. Mit jedem weiteren Glockenschlag wurden die Klänge leiser und die Abstände zwischen ihnen vergrößerten sich, bis sie schließlich verhalten. Nachdem wir das Weihnachtslied beendet hatten, verblieb nur ein sanfter Nachhall, der allmählich in vollkommene Stille überging. Man konnte förmlich spüren, wie die Herzen der Menschen von innen heraus strahlten. All der Ärger und Groll der vergangenen Zeit schienen wie weggeblasen. Dieser Moment der Stille und des Friedens wird uns Einwohner wohl immer miteinander verbinden und eines der vielen Mysterien von Walton Abbey bleiben. Das pferdige Trampel auf der Brücke riss mich aus meinen Erinnerungen und kündigte das Eintreffen Sherlock Holmes und John Watsons an. Durch das Stubenfenster sah ich, wie die Droschke aus der Baker Street gerade die Pferdnerbrücke passierte. Die Pferde trabten mit Schwung an Bruder Emanuel vorüber, der grüßend seinen Hut schwenkte, ehe sie vor meinem Gästehaus Halt machten. Mit innerlicher Vorfreude balancierte ich den Tee mit Milch und Zucker auf einem Tablett in die Stube und entzündete die erste Kerze auf dem Adventskranz, den mir Bruder Gabriel kunstvoll mit Ästen und Zweigen gebunden hatte. »Glauben Sie wirklich, Holmes, dass Bruder Gabriel der Schlüssel ist?« hakte Watson skeptisch nach und nahm ein Schluck Tee. »Immerhin ist er das Opfer gewesen. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er freiwillig mitgegangen ist, geschweige denn, dass er etwas mit den Tätern zu tun hat.« Nun ja, Watson, begann Mr. Holmes, während er die Unterlagen zu Bruder Gabriels Pflanzenexperimenten sowie die alten Aufzeichnungen seines Vaters auf dem Tisch sortierte. »Das eine muss nicht zwingenderweise etwas mit dem anderen zu tun haben.« »Äh, wie genau meinen Sie das, Holmes?« fragte Watson weiter. »Dass Bruder Gabriel entführt worden ist, steht außer Frage,« antwortete Mr. Holmes. »Und dass er dazu gezwungen wurde, die Pflanzentinktur einzunehmen, auch. Ob er aber mit den Machenschaften dieser, sagen wir mal, Sekte in irgendeiner Weise verwickelt ist, steht auf einem gänzlich anderen Blatt.« Mit diesen Worten hielt Mr. Holmes sich ein Dokument über Bruder Gabriels Pflanzenkreuzung vor die Nase. Ich räusperte mich und spürte, wie mir das Blut in den Kopf stieg. Also Mr. Holmes begann ich und versuchte, meine Empörung im Zaum zu halten. Ich versichere Ihnen, dass Bruder Gabriel niemals in irgendwelche Machenschaften verwickelt oder jemals sein wird. Er trägt sein Herz am rechten Fleck und vermag stets das Gute klar vom Bösen zu unterscheiden. »Das will ich Ihnen nicht abstreiten,« mein guter, erwiderte Mr. Holmes unberührt und schenkte sich ein wenig warmen Tee nach. Bruder Gabriel hat sicher die allerbesten Absichten. Aber auch oder gerade eine solch gutmütige Gesinnung ist nicht vor Manipulation gefeit, zu denen Menschen wie jene, mit denen wir es hier zu tun haben, fähig sind. Wie gesagt, hier sind Profis am Werk, die ihr Handwerk außerordentlich gut verstehen. Sie durchschauen die Psychologie des Menschen und wissen dies für sich und ihre Zwecke zu nutzen. »Hätten Sie wohl noch von dem köstlichen, limettenartigen Zitrusfrüchten, Potter Brown, ich trinke meinen Tee heute lieber sauer.« »Das mag ja alles sein, Mr. Holmes«, erwiderte ich, und holte aus der Küche eine Zitruslumina von der letzten Ernte aus Bruder Gabriels Gewächshaus sowie ein Schnittmesser. Es wäre nicht das erste Mal, dass mir im Laufe meiner Detektivarbeit diese Spezies Mensch begegnet. Jedoch halte ich es weiterhin für höchst unwahrscheinlich, dass eine Seele wie Bruder Gabriel es ist, auf diese Spezies hereinfallen könnte. Ich kenne ihn wie meinen Sohn, und ich kann Ihnen versichern, er hat eine starke Verbindung zu Gott und dadurch eine gefestigte Intuition, die ihn stets auf dem rechten Weg leitet. »Woher wissen Sie dann, Pater?« fragte Holmes in eindringlichem Ton, »dass es nicht eben diese Intuition ist, die Bruder Gabriel letzten Endes von seinem bestehenden Weg abbringen könnte, um ihn schließlich zu seiner wahren Bestimmung zu führen. Immerhin sind die Wege des Herrn unergründlich, nicht wahr, Pater Brown?« Ich schluckte. »Mit dieser Aussage hatte Holmes mich eiskalt erwischt. Auch wenn ich diese Möglichkeit bisher von mir geschoben hatte, so wußte ich doch, dass darin viel Wahrheit lag. Dennoch blieb ich weiterhin davon überzeugt, dass Bruder Gabriel sich in diesem Fall nicht zu etwas hatte verleiten lassen, das gegen die Sitten gewesen wäre.« »Bedenken Sie, Pater«, fuhr Mr. Holmes fort und beobachtete dabei, wie ich die saure Zitrusfrucht aufschnitt und kräftig über seiner Teetasse auspresste, dass selbst die Besten und Frommsten unter uns im Moment der Verzweiflung und Unsicherheit anfällig für Einflüsse von außen sein können. Es sind genau solche Momente, die von geschickten Manipulatoren genutzt werden, um ihre Ziele zu erreichen. Ich schätze Ihre Überzeugung in Bezug auf Bruder Gabriel, aber wir dürfen keine Möglichkeit unberücksichtigt lassen. Ich wunderte mich sehr über Mr. Holmes' Anmaßung, dass mein Patersohn verzweifelt und unsicher sein könnte und wollte gerade etwas Entsprechendes erwidern, als sich Watson betont freundlich einmischte. Darf ich fragen, Mr. Holmes, was Sie überhaupt zu dieser Vermutung führt? Nun ja, begann Mr. Holmes, der die Mundwinkel nach einem Schluck Tee mit einem Nasenrümpfen zusammenzog und daraufhin mehrere Stücke Candys in seinen Tee einrührte. Es spricht alles dafür, dass Bruder Gabriel einen Neubeginn plant. Mr. Holmes grätschte ich dazwischen und konnte meinen Unmut nun nicht mehr verbergen. Ich sagte Ihnen doch zuletzt, dass ein Neubeginn für Bruder Gabriel allein schon deshalb außer Frage steht, weil für seine Pflanzensucht der überaus fruchtbare Boden dieses Klosters von großer Bedeutung ist. Außerdem fühlt er sich der Bruderschaft wie auch der Abtei sehr verbunden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er, der Walther Abbey, die ihm in Zeiten der Not Schutz geboten und ihm seit jeher ein Zuhause geschenkt hat, jemals den Rücken kehren könnte. Die Walther Abbey war damals ein wahrer Segen für Bruder Gabriel. Eben, konstatierte Mr. Holmes unbeeindruckt. Damals? Wie ist es heute, Pader Brown? Mr. Holmes' Frage veranlasste mich, einige Minuten lang nachzudenken, während eine bedächtige Stille im Raum einkehrte. Ich hatte immer geglaubt, die Antwort darauf zu kennen, musste aber bei genauerem in mich hineinhören und reflektieren, der neuesten Erkenntnisse sowie vergangener Situationen, die mir jetzt nach und nach in den Sinn kamen, feststellen, dass ich es schlichtweg nicht wusste. Kein klarer Gedanke oder Impuls lenkte mich in die ein oder andere Richtung. Hatte sich bei meinen bisherigen Beobachtungen womöglich meine eigene Vorstellung mit hineingemischt? Ein leiser Zweifel an meinem Urteilsvermögen kroch in mir hoch. Nicht nur, was den Fall anbelangte, sondern auch, was Bruder Gabriel anging, tappte ich womöglich im Dunkeln. Seit Bruder Gabriel aus dem Waltham Abbey Hospital ins Kloster zurückgekehrt war, schien er nicht mehr der Alte zu sein. Irgendetwas in ihm und vielleicht auch in mir hatte sich verändert. Vielleicht war es das Vertrauen, das uns stets miteinander verbunden hatte und das aufgrund der neuesten Ereignisse Risse bekommen hatte. Immerhin hatte Bruder Gabriel mir seine Pläne, für die Vita Planter weiter zu züchten, vorenthalten und die entsprechenden Dokumente seines Vaters versteckt. Zwar hatten wir uns darüber ausgesprochen, doch ich fragte mich nun, was Bruder Gabriel wohl noch alles vor mir verschweigen könnte. Plötzlich überkam ich Wut darüber, dass ich überhaupt so etwas dachte. Schnell wischte ich die Zweifel wieder beiseite und platzte heraus, das ist doch alles, Humbug Mr. Holmes. Doch Mr. Holmes ließ sich von meinem Ausbruch nicht beirren und fuhr mit seiner Schlussfolgerung fort. Sollte Bruder Gabriel einen Neubeginn nicht bewusst planen, so hegt er diese Bestrebung zumindest unbewusst. Wie auch immer, es tut nichts der Sache. Letzten Endes kommt ohnehin das Gleiche dabei heraus. Ich schluckte erneut und starrte durch das Stubenfenster zum Kirchturm hinüber. Bruder Emanuel war auf eine Leiter gestiegen und behängte den großen Weihnachtsbaum mit Lichterketten. Fakt ist, fuhr Mr. Holmes fort, dass Bruder Gabriels intensive, um nicht zu sagen exzessive, Pflanzenforschung gleich mehrere mögliche Motive für einen Neubeginn mit sich bringt. Zum einen hätten wir das Motiv Geld. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie kostspielig allein schon die Experimente sein können, die Bruder Gabriel doch in recht großer Anzahl durchführt. Und dem Enthusiasmus Bruder Gabriels nach zu urteilen, tippe ich mal darauf, dass dies hier nicht seine letzten Experimente gewesen sein sollen. Mr. Holmes deutete auf den Stapel Dokumente, der vor uns auf dem Tätisch lag. Da haben sie richtig getippt, erwiderte ich betroffen. Wir haben in der Tat Gespräche darüber geführt, dass wir die doch recht hohen Ausgaben für die Pflanzenforschung zukünftig ein wenig eindämmen müssen. Na, sehen Sie, Pater, triumphierte Holmes, dies allein wäre Grund genug für Bruder Gabriel, sich für seine Studien, die ihm, wie wir wissen, sehr am Herzen liegen, woanders Unterstützung zu suchen. Allein schon sein Vorhaben, aus dem Lumenflor und der Solare Elixiris eine Kreuzung heranzuzüchten, sollte dem ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmen dieses Klosters sprengen. Eine Eindämmung seiner Studienausgabe käme einer Eindämmung seines Lebenswerks gleich. Nachdenklich nahm ich ein Stückchen Kandiszucker aus der Porzellandose, hielt es gegen das Sonnenlicht, das durch das Fenster drang und begutachtete das braune Zuckerkristall von allen Seiten. Ihre Ausführungen leuchten mir ein, Mr. Holmes, wenn Bruder Gabriel mit mir auch nie über diese Not gesprochen hat. Ihm wird klar gewesen sein, folgerte Mr. Holmes weiter, dass sie ihm in diesem Punkt nur bedingt weiterhelfen können. Außerdem wollte er sie womöglich nicht in Verlegenheit bringen. Immerhin unterliegen auch sie in diesem Kloster einigen Regeln und können Bruder Gabriel keine Extrawünsche gewähren, die weit über die nötigen Mittel des Klosters hinausgehen. Mr. Holmes machte eine kurze Pause, in der er sich in seinem Stuhl zurücklehnte und seine Gedanken sortierte, ehe er seine Schlussfolgerung weiter ausführte. Des Weiteren wären da noch Bruder Gabriels Bestrebungen, die Vita Planta weiterzuentwickeln. Dass ab Thomas und sie, mein Guter, Bruder Gabriel bei diesem Unterfangen keine Unterstützung sein würden, sondern, ganz im Gegenteil, eher ein Hindernis, dürfte für Bruder Gabriel auch kein Geheimnis sein. Warum sonst hätte er die alten Unterlagen von ihnen geheim gehalten? Welche Motive könnten noch eine Rolle spielen, Mr. Holmes fragte Watson schnell und hoffte wohl, das Gespräch damit abermals aufzulockern. Nun erwiderte Mr. Holmes mit nachdenklicher Miene der Sinn des Lebens, Watson, der Sinn des Lebens. Könnten Sie das wohl noch ein wenig präzisieren, Holmes? Ja, aber natürlich, antwortete Mr. Holmes mit einer für dieses Thema ungewohnte Selbstverständlichkeit. Bruder Gabriel übt eine Tätigkeit aus, die ihm buchstäblich in die Wiege gelegt wurde, ohne dass er diese Tatsache wahrscheinlich jemals hinterfragt hätte. Die zuvor genannten unglücklichen Umstände könnten dazu geführt haben, dass Bruder Gabriel sich nun mit seiner beruflichen Zukunft eingehender auseinandersetzen musste. Ein Indiz hierfür ist Bruder Gabriels doch sehr interessante Bücherauswahl, die darauf schließen lässt, dass er gerade an einem Punkt in seinem Leben angelangt ist, an dem er nicht nur seine berufliche Bestimmung, sondern auch sein gesamtes Leben infrage stellt. Er könnte sich fragen, was ihn im Leben wirklich antreibt. Und, mit einem Augenzwinkern fügte Holmes hinzu, oder, um es mit ihren Worten zu sagen, Pater, welcher der Weg seines Herzens ist. Ich verstehe immer noch nicht, Mr. Holmes, warum Sie mutmaßen, dass Bruder Gabriel hier nicht glücklich ist, sagte ich verwirrt. Mr. Holmes machte eine Handbewegung, als wolle er meine Worte beiseite schieben. Nun, Pater, begann er, ich bin mir dessen sogar sicher. Die Unzufriedenheit Bruder Gabriels zeigt sich nicht zwingend durch äußere Anzeichen, sondern kann sich vielmehr in einem inneren Konflikt widerspiegeln. Watson schaute uns abwechselnd an und meinte dann, aber das sind doch bloß Vermutungen, Holmes, wo ist der Beweis? Mr. Holmes lächelte. Der Beweis, mein lieber Watson, liegt oft im Verborgenen und bedarf eines feinen Gespürs. In diesem Fall sprechen die kleinen Anzeichen eine deutliche Sprache. Wie ich ja nun vor kurzem selbst erfahren habe, muss sich jeder Mensch früher oder später mit der Sinnhaftigkeit seines Tuns auseinandersetzen, ob er nun will oder nicht. Wenn man dies nicht Zeit seines Lebens tut, wird man es wohl allerspätestens im Sterbebett tun. Es heißt zwar besser spät als nie, allerdings werden Sie mir sicher Recht geben, wenn ich sage, dass es von Vorteil sein kann, sich mit der Sinnfrage eher früher als später auseinanderzusetzen. Auf diese Weise hat man doch die Möglichkeit, die Weichen neu einzustellen und seine Lebensweise entsprechend zu ändern. Watson und ich tauschten erstaunte und zugleich anerkennende Blicke aus. Ich weiß, was Sie jetzt denken, meine Herren, fuhr Mr. Holmes fort, aber glauben Sie mir, auch ich habe mir so manche Gedanken gemacht in letzter Zeit und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich an der Frage, warum ich hier bin, nicht vorbeikommen werde. Irgendwann muss auch ich der Wahrheit ins Auge blicken und kann nicht mehr davonlaufen. Entweder stellt man sich dieser Frage aus Neugier und Forschungstrieb oder man wird mit ihr aus der Not heraus konfrontiert. Wobei ersteres sicherlich angenehmer ist, nicht wahr, Pater? Ans Gewisse brachte ich verblüfft heraus. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine der tiefgreifendsten Fragen, die sich jeder Mensch stellen sollte. Manchmal sind es jedoch auch der äußere Druck, die Umstände und Ereignisse, die einen dazu bringen, über den eigenen Lebensweg nachzudenken. In der Tat, Mr. Holmes nickte zustimmt. Wir sollten nicht vergessen, dass Bruder Gabriel nicht nur Mönch, sondern auch Mensch ist. Es sind die unerwarteten Wendungen des Lebens, die uns dazu bewegen, unser Dasein zu überdenken. Seine inneren Kämpfe und Überlegungen sind verständlich und plausibel, um nicht zu sagen, menschlich. Bei der letzten Aussage von Mr. Holmes zuckten Watson und ich gleichzeitig zusammen. Ja, auch ich bin in der Lage, gewisse feinere Nuancen der menschlichen Psyche zu erfassen, reagierte Mr. Holmes prompt, als er die Überraschung in unseren Gesichtern bemerkte. Oft neige ich dazu, mich auf die harten Fakten und die deduktive Logik zu verlassen. Aber die Menschen sind in ihrer Komplexität doch äußerst faszinierend und aufschlussreich, wie ich festgestellt habe. Ihre Gefühle und zwischenmenschlichen Dynamiken können durchaus wichtige Hinweise bei der Lösung eines Falles sein. Es ist, als ob die Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche selbst ein Puzzle ist, das es zu entschlüsseln gibt. Die Emotionen, die Menschen erleben, ihre Beziehungen zueinander und die Art und Weise, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren, sind wichtige Indikatoren. Diese Aspekte können mir helfen, nicht nur die Motivation eines Verdächtigen zu verstehen, sondern auch die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Elementen eines Falls. Watson reagierte mit einer Mischung aus Verwunderung und Begeisterung. Alle Achtung, Holmes, das aus ihrem Munde. Ohne sie beleidigen zu wollen, Holmes, es ist erfrischend zu hören, dass selbst sie etwas für die Nuancen menschlicher Emotionen und Beziehungen übrig haben. Watson nickte mir zu, ehe ich lächelnd ergänzte, mir scheint es, als ob selbst der rationalste Detektiv nicht gegen die faszinierende Komplexität des menschlichen Geistes immun ist. Was genau hat ihren Blickwinkel derart verändert, wenn ich fragen darf, fragte Watson, immer noch ein wenig irritiert. Nun, Watson, während Sie in den vergangenen Wochen täglich Ihre Medizinbücher gewälzt und sich bei den Fächern Toxologie und Allgemeinmedizin amüsiert haben, habe ich mich durch Ratgeber und Studien zu sämtlichen Themen rund um die Psychologie des Menschen gearbeitet. Mr. Holmes überkreuzte nonchalant seine Beine und vorfort, die Kunst der Deduktion besteht darin, die rationale Analyse mit einem Verständnis für die menschliche Natur zu verbinden. Es ist eine lehrreiche Reise, meine lieben Freunde, und ich bin dankbar, dass ich meine Methoden nun entsprechend weiterentwickeln kann. Die Kenntnis der menschlichen Beweggründe, die Menschen antreiben, ist bei meiner Arbeit als Detektiv von unschätzbarem Wert. Sie öffnet Türen zu verborgenen Winkeln der Wahrheit, die selbst die klarsten Spuren manchmal nicht offenbaren könnten. Nicht wahr, Pater? Ich nickte, erstaunt über Mr. Holmes' geläuterten Worte und war erleichtert darüber, dass er offenbar bereit gewesen war, meine Empfehlung zu berücksichtigen und über den Sinn seines Handelns nachzudenken. Wer weiß, vielleicht würde dieser Weg Mr. Holmes schließlich nicht nur dazu befähigen, die komplexesten Fälle zu lösen, sondern auch Verbrecher auf den rechten Pfad zurückzuführen. Eine kurze Pause entstand und wir beobachteten, wie Bruder Emanuel damit begann, den Weihnachtsbaum mit Christkugeln und Schleifen zu schmücken. Die winterliche Szenerie, die sich vor unseren Augen entfaltete, verströmte eine friedvolle und zauberhafte Atmosphäre. In meinen Studien über die berufliche Bestimmung fand ich, fuhr Mr. Holmes fort, dass die Wahl des Lebensweges und die innere Motivation eine erstaunliche Rolle bei den grundlegenden Entscheidungen des Menschen spielen. Solche Erkenntnisse könnten mir in Zukunft dabei helfen, die Hintergründe von Verdächtigen und Zeugen besser zu verstehen, ihre Verbindungen zu ihren Berufen und die möglichen Auswirkungen auf ihr handeln. Ein Hauch von Nachdenklichkeit überzog Mr. Holmes' Gesicht, als er fortfuhr. Die Psychologie des Verbrechens ist ebenso faszinierend wie die Psychologie des Menschen. Die Motive, die jemanden dazu treiben, eine Straftat zu begehen, sind oft tiefer verwurzelt, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Aufmerksam hatten Watson und ich Mr. Holmes' Worten gelauscht. Es freut mich zutiefst, bemerkte ich, dass sie künftig ihre Gaben und Fähigkeiten nicht nur dazu nutzen wollen, in die dunklen Abgründe des Verbrechens zu blicken, sondern auch in die oft ebenso finsteren Tiefen der menschlichen Seele. Sie werden feststellen, Mr. Holmes, dass dies eine äußerst bereichernde Erfahrung für sie sein wird und ihr Geschick bei der Aufklärung von Verbrechen beträchtlich erweitern wird. Mit erhobenem Kinn erwiderte Mr. Holmes ganz recht, Pater. Die Welt der Gedanken und Emotionen ist genauso komplex wie die Welt der Verbrechen. Beide Aspekte zu verstehen, erlaubt es mir, die Puzzleteile noch schneller und präziser zusammenzusetzen, als ich es ohnehin schon tue. Die Wissenschaft des Detektivs erstreckt sich weit über die physischen Spuren hinaus und taucht in die tiefsten Ecken des menschlichen Geistes ein. Mr. Holmes nahm einige Schluck Tee, zog erneut die Mundwinkel zusammen und nahm daraufhin noch mehr Zucker nach. Die erneute Verköstigung schien Mr. Holmes' Bedarf an Süße zu erfüllen. Er nippte zufrieden am Tee, die rauchgrauen Augen über den Rand der Tasse auf mich gerichtet. Die zarten Dampfschwaden tanzten um seine markante Nase, während er bedächtig seine Gedanken sammelte. Schließlich stellte er die Tasse behutsam zurück, auf den Unterteller, ehe er fortfuhr. Münzt man das Gesagte nun auf Bruder Gabriel um, so lässt sich Folgendes beobachten. Bruder Gabriel befindet sich möglicherweise in einem Prozess der Selbstreflexion, in dem er abwägt, ob seine persönlichen Ziele noch mit den Lebenszielen seines Vaters übereinstimmen. Vielleicht ist er zu dem Schluss gekommen, dass ihn zwar vieles mit seinem Vater verbindet, er aber nicht so ist wie sein Vater. Derzeit steht er womöglich vor dem Dilemma, seine eigene Identität finden zu müssen und gleichzeitig das Lebenswerk seines Vaters, die Vita Planta, erfolgreich abzuschließen. Diese gegensätzlichen Bedürfnisse könnten einen schweren Konflikt in ihm auslösen, begleitet von starken Schuldgefühlen, der es ihm im gegenwärtigen Moment schwer macht, eine klare Entscheidung für seine Zukunft zu treffen. Diese Stagnation, in der es weder vor noch zurück geht, birgt die Gefahr, dass er immer stärker an sich zweifelt, durch die Selbstzweifel wird sein Selbstwert so beeinträchtigt, dass es mit der Zeit immer schwieriger für ihn wird, sich aus der Schockstarre zu befreien und ins Handeln zu kommen. Die Furcht, einen Fehler zu begehen, wächst mit jedem Tag, an dem er keine Entscheidung trifft. So gerät er in eine Abwärtsspirale, aus der es für ihn immer schwieriger wird, eigenständig wieder herauszufinden, ein wahrer Teufelskreis. Es wäre nicht verwunderlich, wenn ein Mensch, der sich in einem so instabilen Zustand befindet, für gewisse Einflüsse und Manipulationen von außen anfällig ist, die ihn normalerweise nicht beeinträchtigen könnten. Die Tatsache, dass Bruder Gabriel gewisse Dinge verschweigt und die Herausforderungen des Lebens nicht mit ihnen, Pater Brown, bespricht, wie er es wohl sonst zu tun pflegt, ist ein Indiz dafür, dass noch andere Menschen in dem Konflikt eine Rolle spielen. Derzeit ist er sich möglicherweise nicht sicher, wem er in diese Angelegenheit vertrauen kann und wem nicht. Mir war, als hätte ich soeben einen Faustschlag in die Magengrube bekommen. Leicht gekrümmt nippte ich an meinem Tee und starrte vor mich hin. Setzt man nun all die genannten Puzzleteile zusammen, fuhr Mr. Holmes gelassen fort, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Bruder Gabriel derzeit etwas verwirrt ist und daher nicht ganz zurechnungsfähig. Jetzt machen Sie mal einen Punkt, Mr. Holmes, warf ich meinem Kollegen wütend entgegen. Ich gebe Ihnen recht, dass Bruder Gabriel derzeit etwas absonderlich und in sich gekehrt wird. Das heißt aber nur noch lange nicht, dass er verwirrt und unzurechnungsfähig ist. Wie Sie meinen, Pater Brown, erwiderte Mr. Holmes indifferent. Die Zeit wird zeigen, wie wichtig ihm seine Ziele sind und was er bereit ist, dafür aufzugeben. Sein innerer Konflikt hat einen schmerzhaften Prozess bei ihm in Gang gesetzt, in dem er sich der Wahrheit stellen muss, dass nur er selbst sich Erlaubnis geben kann, glücklich zu sein. Niemand sonst wird ihm diese Erlaubnis erteilen oder ihm seine Entscheidung abnehmen. Denn die allermeisten Menschen tendieren dazu, ihre Mitmenschen aus dem Ego heraus in gewohnten Strukturen halten zu wollen. Und mit einem Blick auf meine hochgezogenen Augenbrauen fügte Mr. Holmes schnell zu, das tun sie weniger aus Bosheit als aus purer Gewohnheit. Hinter dieser Gewohnheit steckt natürlich meistens die Angst vor Veränderung. Die Wahrheit ist, die engsten Mitmenschen werden es dem Menschen, der sich verändert, wahrscheinlich insgeheim verübeln, da auch sie sich dadurch verändern müssen. Der Schritt ins Ungewisse kann beängstigend und befreiend zugleich sein, wobei die Angst nachlässt, wenn man erst mal eine Entscheidung getroffen hat. Schließlich ist es besser, sich auf einem Weg zu befinden, als auf gar keinem. »Bravo, bravo! Sie schaffen es immer wieder, uns zu überraschen, Mr. Holmes«, sagte Watson, weiterhin voller Bewunderung für seinen genialen Kollegen. »Nichts für ungut, Watson«, erwiderte Mr. Holmes besonnen. »Zurück zum Thema. All dies dürfte Bruder Gabriel schwer zu schaffen machen, auch wenn er sich davon kaum etwas anmerken lässt.« Bei dieser Bemerkung nickte mir Mr. Holmes mit einem Anflug von Verständnis zu und fuhr mit Bedeutung schwangerer Miene fort. »Ich gehe sogar davon aus, dass Bruder Gabriel sich inzwischen Auswege sucht, die für ihn nicht wirklich zielführend sind.« In meinem Brustkorb breitete sich ein unangenehmes, enge Gefühl aus, als würden unsichtbare Hände ihn langsam zusammendrücken. »Wie genau meinen Sie das,« Mr. Holmes fragte ich mit zittriger Stimme und rang nach Luft. »Nun, Pater, Bruder Gabriel verfügt über das Wissen und die Mittel, pflanzliche Substanzen herzustellen und zu konsumieren. Die dadurch ausgelöste, veränderte Wahrnehmung hilft ihm dabei, die Schwere der Situation zu überwinden und sie eine Zeit lang zu ignorieren.« »Meinen Sie etwa Drogen, Mr. Holmes?«, fragte Watson ungläubig. »Exakt, Watson.« »Bei aller Liebe, Mr. Holmes,« rief ich entrüstet, »jetzt interpretieren Sie wirklich etwas hinein, das es nicht gibt. Wie um Himmels Willen kommen Sie denn nur darauf?« »Auf mich macht Bruder Gabriel schlichtweg den Eindruck, dass ihm noch die Entführung und die daraus resultierenden Sorgen zu schaffen machen.« »Immerhin wurde außer Bruder Cedric bisher niemand gefunden, der mit der Entführung in Verbindung steht.« »Nun begann Mr. Holmes vorsichtig.« »Bei diesem delikaten Thema denke ich, dass ich über genügend Vorerfahrung verfüge, um mir ein fundiertes Urteil erlauben zu können.« »Wenn Sie es genau wissen wollen, Pater, dann hatte Bruder Gabriel einen leicht verklärten Blick, als wir ihm zuletzt über den Weg liefen, für den Laien kaum wahrnehmbar, aber für mich ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er sich noch bis kurz zuvor in einem rauschähnlichen Zustand befunden hat. Zudem bewegte er sich angesichts der Umstände erstaunlich leichtfüßig und war auffallend gut gelaunt. Für meine Begriffe ein wenig zu gut gelaunt. Darüber hinaus ist Bruder Gabriels Drogenkonsum eine weite Erklärung für seine Entscheidungslosigkeit in der ganzen Angelegenheit. »Sie sprechen von einem gänzlich anderen Menschen, als ich ihn kenne, Mr. Holmes,« warf ich kopfschüttelt ein, ehe Mr. Holmes fortfuhr. »In der Vergangenheit muss es irgendein Schlüsselmoment gegeben haben. Eine Begegnung der dritten Art, wenn Sie so wollen. Etwas, das er zuvor so nicht erlebt hat. In Kombination mit seiner Unzufriedenheit, die bekanntermaßen stets die Quelle aller Änderung ist, hat ihn der Weg geradewegs in eine Sackgasse geführt. Das Risiko bei der Einnahme von Drogen ist, dass Bruder Gabriel dadurch in der Schlaufe von Entscheidungslosigkeit stecken bleibt und mit jedem Tag willenloser und damit manipulierbarer wird. Er braucht also dringend unsere Hilfe. »Sie haben wirklich ein Talent dafür, düstere Szenarien zu entwerfen,« Mr. Holmes entgegnete ich vorwurfsvoll und versuchte, meine innere Unruhe wieder zu bändigen. »Ich weigere mich zu glauben, dass Bruder Gabriel sich auf einen derartigen Pfad begeben hat. Er bewahrt stets einen klaren Kopf, selbst in schwierigen Situationen. Auch wenn er sich in einer misslichen Lage befinden sollte, so gibt es noch lange niemand das Recht, derartige Schlüsse über ihn zu ziehen.« Mr. Holmes lächelte leicht spöttisch, ehe erwiderte, »Ich beanspruche nicht das Recht, Pater, sondern ich behaupte lediglich die Fähigkeit zu besitzen, präzise Schlussfolgerungen aus den verfügbaren Fakten zu ziehen.« »Es steht Ihnen frei, meine Schlussfolgerungen zu verwerfen oder anzunehmen. Ich versichere Ihnen jedoch, dass ich solche Äußerungen nur dann tätige, wenn ich von Ihrer Wahrheit überzeugt bin und meine Überlegungen stets fondiert sind.« Mr. Holmes' scheinbar treffsicheren Schlussfolgerungen hingen wie eine bedrohliche Wolke über uns und das Zimmer war erfüllt von Ärger und Unruhe. Allein Mr. Holmes schien davon unberührt. Watson und ich tauschten beunruhigende Blicke aus, während er genüsslich seinen nun doch süßen und nicht sauren Tee trank. Mr. Holmes begann ich schließlich in dem Versuch, eine kommunikative Einigung zu erzielen und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ihre Theorien sind äußerst interessant, aber sie basieren auf Annahmen und Vermutungen. Bruder Gabriel ist ein ehrenwerter Mann, der das Kloster und seine Prinzipien stets respektiert hat. Es wäre falsch, ihn ohne handfeste Beweise zu verdächtigen. Holmes hob die Augenbrauen und erwiderte, »Pater Brown, von Verdächtigungen im engsten Sinne kann hier nicht die Rede sein. Ich schätze ihren unumstößlichen Glauben, aber die Hinweise liegen auf der Hand. Wir müssen diese Möglichkeit in Betracht ziehen, um Bruder Gabriel aus seiner misslichen Lage herauszuhelfen.« Er spürte förmlich die Entspannung im Raum, als unsere Blicke sich trafen und uns klar wurde, dass diese Unterhaltung eine entscheidende Wendung genommen hatte. Mit Bewunderung erkannte ich, dass Mr. Holmes soeben empathisch auf meine Perspektive eingegangen war und dies unmittelbar zu einer erheblichen Verbesserung meines Wohlbefindens beigetragen hat. Und zu guter Letzt fuhr Mr. Holmes kurz darauf in gewohnter, deduktiver Manier fort, wären da noch die Verschleierungstechniken, mit denen sich Bruder Gabriel, seiner umfassenden Privatbibliothek nach zu urteilen, intensiv beschäftigt hat. Diese deuten direkt auf eine geheime Organisation hin, der er sich seit geraumer Zeit offenbar verbunden fühlt und die mit dem Schlüsselmoment in Verbindung steht, von dem ich eben sprach. Kurz gesagt, Pater, es gibt genügend Hinweise dafür, dass bei der Geschichte um die Entführung von Bruder Gabriel etwas gehörig faul ist. Mit einem eindringlichen Blick setzte er hinzu, »Wenn Sie mich fragen, steht Ihnen eine gewaltige Veränderung ins Haus bzw. Kloster, ob Sie es nun sehen wollen oder nicht. Mit diesen Worten beendete Mr. Holmes schließlich seine Ausführungen und setzte seine Teetasse betont entschlossen auf dem Tisch ab. Dann frage ich Sie lieber nicht. Entgegnete ich nun wieder verstimmt, stellte unsere Teetassen auf ein Tablett und machte mich mit Samtassen Milchzucker und der bis auf den letzten Tropfen ausgepressten Citrus Lumina auf den Weg in die Küche. »Oh, das fügt sich wunderbar in die von Streitereien geprägte Weihnachtstradition von Walter M. Abbey«, dachte ich frustriert. Und ich hatte schon fast geglaubt, der ganze Trubel hätte sich seit der letzten Weihnacht gelegt. Ich war so in Gedanken, dass ich in einem ungünstigen Moment über den Läufer zur Küche stolperte. Dabei hatte ich um ein Haar das gesamte Tablett über den Boden verteilt. Doch dem Schicksal, ein Schnippchen zu schlagen, gelang mir in letzter Sekunde, als ich mein Gleichgewicht gerade noch bewahren konnte. In einem wackeligen Tanz über den Boden schaffte ich es, die einzelnen Bestandteile auf dem Tablett wieder in Balance und an ihre ursprüngliche Position zu bringen. Mit einem weiteren Adrenalinschub und erfreut über diesen unverhofften Glücksfall lief ich nun in die Küche und platzierte das Tablettbeton vorsichtig und mit einem erleichterten Seufzer auf dem Spülbecken. Durch das Küchenfenster beobachtete ich, wie einige Brüder in ihre dicken Kapuzenmäntel gehüllt in Richtung Stadtzentrum stampften. Die Eiseskälte zwang sie, sich tief in ihre Mäntel zu vergraben, während sie durch den dicken Schnee warteten. Als ich sie so davonstapfen sah, gingen mir allerhand Gedanken durch den Kopf, die das eben Gesagte wieder aufgriffen. Ich glich Mr. Holmes' Worte mit vergangenen Situationen ab, die ich mit Bruder Gabriel erlebt hatte. Still betrachtete ich die einzelnen Bilder, die sich vor meinem inneren Auge abspielten und ließ die jüngsten Gespräche mit Bruder Gabriel Revue passieren. Dies alles hinterließ einen bitteren Beigeschmack. Und ich konnte nicht ausschließen, dass ich in dieser Situation eine Art blinden Fleck haben könnte, der es mir unmöglich machte, das gesamte Bild zu erkennen, von dem Mr. Holmes so überzeugt schien. Dennoch hegte ich die Hoffnung, dass mein Kollege mit seinen Thesen auf dem Holzweg war. Tief seufzend kehrte ich zurück in die Stube. Mal im Ernst, Mr. Holmes, setzte ich erneut an, selbst wenn Bruder Gabriel auf seiner Sinnsuche ist und mit Kummer über seine Forschung und Pflanzenzüchtungen grübelt, so wäre es für ihn dennoch völlig untypisch, auf eine Sekte hereinzufallen oder sich gar einer solchen anzuschließen. Nun ja, Sie wissen ja, wie solche Menschen vorgehen, entgegnete Holmes. Sie wählen junge Menschen, die noch nicht ihren festen Platz im Leben gefunden haben oder solche, die sich in einer Lebenskrise befinden. Sie loten ihre Schwachstellen aus und unterbreiten passende Versprechungen, die diese Schwachstellen exakt ansprechen. Zudem setzen sie subtile psychologische Tricks ein, um ihr Opfer zu manipulieren und von sich abhängig zu machen. Erinnert Sie das Ganze nicht auch an einen ganz besonderen Fall, Padre Brown? fragte Holmes unvermittelt und lehnte sich langsam zurück, eine Augenbraue leicht erhoben, während er mich auffordernd ansah. Nach reiflicher Überlegung antwortete ich, Sie sprechen wohl vom mysteriösen Fall des Detektivs Auguste Dupin? Mr. Holmes nickte kaum merklich. Aber ja, Mr. Holmes, erwiderte ich angenehm überrascht über den positiven Stimmungswechsel, den der Gedanke an Dupin in mir hervorrief. Ich erinnere mich noch gut an die Kriminologenkonferenz in Paris. Dort sind wir uns zum ersten Mal begegnet, nicht wahr? Ja? Davon haben Sie mir nie erzählt, Holmes, mischte sich Watson ein. Um welchen Fall handelt es sich hierbei? Nun, um einen recht komplexen Fall, Watson, erwiderte Holmes. Genau gesagt, um ein paar Dutzend Fälle, über die Mr. oder besser gesagt Monsieur Dupin damals referiert hat, und anhand derer er uns teils doch recht unerfahrenen Detektiven und Ermittlern so einiges über die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung aufgezeigt und gelehrt hat. Es handelt sich hierbei um mehrere mutmaßliche Entführungen von katholischen Kirchenoberhäuptern wie kardinalen Bischöfen und anderen hochrangigen Geistlichen aus verschiedenen Diözesen in ganz Europa in den 40er Jahren, die nie aufgeklärt wurden. Auch Königsfamilien, die mit der Capetinger Dynastie in Verbindung stehen, insbesondere die Bourbonen und die französischen Adelsfamilien aus dem Hause Gies und Orléans, sowie die britischen Adelsfamilien Horwath, Perseys, Cecils und Spencers waren betroffen. Außerdem wurden politisch einflussreiche Familien Opfer von Intrigen und Verbrechen. So auch die Russells und die Disreleys, also Familien unserer ehemaligen Premierminister John Russell und Benjamin Disreley. Man ging davon aus, dass die Fälle alle miteinander in Verbindung stehen. Die international durchgeführten Befragungen fielen allerdings sehr widersprüchlich aus und keine der Spuren führte zu einem tragfähigen Ergebnis. Angesichts der steigenden Frustration und der mangelnden internationalen Kooperationsbereitschaft wurden die Fälle schließlich offiziell ad acta gelegt. Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass Monsieur Dupin niemals aufgehört hat, diese Angelegenheiten weiterhin unter die sprichwörtliche Lupe zu nehmen. Das klingt ja höchst interessant, sagte Watson nachdenklich. Ich glaube, über Auguste Dupin habe ich schon mal gelesen. Ein herausragender Detektiv für seine Zeit. Watson ließ einen Blick auffordern zwischen Mr. Holmes und mir schweifen. In der Tat, Watson, erwiderte ich Mr. Holmes schmutzelnd, es war eine Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Wenn er auch die allermeisten Fälle löste, um unschuldige Personen aus misslichen Lagen zu befreien und seine Analysen für meinen Geschmack etwas zu sehr auf dem Sockel menschlicher Gepflogenheiten fußten, so war und ist er doch einer der intelligentesten Menschen, die mir je untergekommen sind. Seit seinem Ruhestand genießt er seinen Lebensabend in Aix-en-Provence, einer charmanten Stadt im Süden Frankreichs bekannt für ihre historische, architekturische Kultur und entspannte französische Lebensweise. Ein, wie ich finde, sehr passender Ort für Dupin. Einmal überraschte er mich mit einer Postkarte, auf der er Grüße aus einem der vielen Künstlercafés dort hinterließ. Mr. Holmes schmunzelte erneut. Er hatte mich mit seinem Hinweis auf die internationale Konferenz zum Nachdenken angeregt. In blitzartigen Rückblenden erschienen vor meinem geistigen Auge Bilder von einst. Auguste Dupin, ungefähr im Alter von 76 Jahren, trug uns seine Erfahrungen und Fallstudien zur internationalen Verbrechensbekämpfung vor. Dabei demonstrierte er geschickt, wie er seine Methoden mit den Feinheiten menschlicher Facetten verknüpfte und durch das Lesen von Mimik erweiterte. Es war beeindruckend zu verfolgen, wie Dupin trotz seines Alters eine Aura von Scharfsinn und Intellekt bewahrt hatte, die die anwesenden Kriminologen vor Ehrfurcht erbleichen ließen. Seine Erzählungen über die rätselhaften Entführungen von Kirchenoberhäuptern in den 40er Jahren halten in meinen Gedanken nach und eröffneten einen neuen Blickwinkel auf unsere aktuelle Serie von Ereignissen. Es war, als ob die Vergangenheit durch Dupins Schilderung wieder lebendig wurde und uns einen Schlüssel zur Aufklärung der gegenwärtigen Rätselreihen in die Hand gab. Mr. Holmes rieb sich am Kinn und schien tief in seinen eigenen Erinnerungen zu versinken. Dupin ging davon aus, dass eine mysteriöse Organisation Menschen in ihren Bann zog, um ihre Ziele zu erreichen, murmelte er. Die Parallelen sind frappierend. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Bruder Gabriel in ähnlicher Weise beeinflusst wurde. Seine Verhaltensveränderungen, das Geheimversteck im Boden, die private Bibliothek über Verschleierungstechniken und dergleichen. Vieles deutet darauf hin, dass er einer obskuren Gruppe in die Hände gefallen ist, die hier ihre Finger im Spiel hat und ihre eigenen Pläne verfolgt. Ich schüttelte verstört den Kopf, sagte aber diesmal nichts. Holmes lehnte sich zurück und schien seine Worte erneut zu überdenken. Dann wiederholte er geduldig. Pader Brown, die Geschichte lehrt uns, dass auch die Standhaftesten in Momenten der inneren Zerrissenheit und Ratlosigkeit schwach werden können. Es ist keine Schande, Opfer solcher Intrigen zu werden. Es ist vielmehr ein Beweis für die menschliche Fragilität und die Suche nach Orientierung in einer oft undurchsichtigen Welt. Ich schwieg einen längeren Moment, während meine Gedanken durcheinanderwirbelten. Nach einer Bedenkzeit, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, brach ich mein Schweigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Schatten der Vergangenheit in die Gegenwart reichen. Sollten Sie in der Sache recht behalten, Mr. Holmes, müssen wir unbedingt Licht ins Dunkel der Vergangenheit bringen und die Hintergründe dieser Organisation aufdecken. Dann, nach einer weiteren Pause, rang ich mich dazu durch, die nächsten Worte auszusprechen und Bruder Gabriel womöglich aus ihrem Einflussbereich befreien. Es freut mich, dass Sie einsichtig werden, Pader Brown, erwiderte Mr. Holmes triumphierend und klopfte mir entschlossen auf die Schulter. Wir sollten umgehend Monsieur Dupin über die aktuelle Lage in Kenntnis setzen und ihn um seine Aufzeichnung zu den Fällen aus den 40er Jahren bitten. Er wird uns gewiss bei der Aufklärung der aktuellen Ereignisse mit Rat und Tat zur Seite stehen. Immerhin könnte es für ihn die Chance bedeuten, doch noch das letzte Rätsel zu lösen. Das wäre für einen rechtschaffenden und loyalen Menschen wie ihn, dem die Angehörigen bei seiner Detektivarbeit immer sehr am Herzen lagen, sicherlich eine große Erleichterung. Schließlich wäre die Aufklärung der damaligen Ereignisse auch für die vielen Betroffenen wichtig, für ihren Seelenfrieden, erwiderte ich zustimmend. Ich fühlte mich, ob der soeben zugestandenen Möglichkeit, dass Bruder Gabriel in dunklen Machenschaften verstrickt sein könnte, noch wie benebelt. Wir sollten vor diesem Hintergrund Bruder Gabriel und die anderen Brüder nach weiteren Details zu den Ereignissen in Walter M. Abbott befragen. Es könnte sein, dass die alten Fälle von Dupin uns neue Perspektive eröffnen, die wir bisher noch nicht erachtet haben. Holmes nickte zustimmend. Es ist einen Versuch wert. Allerdings sollten wir uns zunächst mit Dupin in Verbindung setzen und uns anhand seiner Informationen einen Überblick über konkrete Hinweise verschaffen. Immerhin war er der Experte für die damaligen Fälle. Jedes kleinste Detail seiner Aufzeichnungen könnte der entscheidende Hinweis sein, der uns in die richtige Richtung lenkt. Am besten geben Sie gleich eine entsprechende Eildepesche nach Südfrankreich auf, Pater. In diesem Moment klopfte es an der Tür und Bruder Gabriel betrat das Zimmer. In verschmutzten Arbeitsgewändern, eine Harke in der einen Hand, einen kleinen Krug in der anderen. »Freut mich, Sie zu sehen, meine Herren«, rief er sichtlich erfreut und leicht aus Atem. »Ich dachte mir doch, dass die Droschke geradewegs aus London kommt und Sie mal wieder zu Besuch sind, Mr. Holmes, Mr. Watson. Schauen Sie, ich habe Ihnen etwas aus meinem Kräutergarten mitgebracht.« Bruder Gabriel stellte den Krug auf unseren Teetisch, nahm seine Lederhandschuhe ab und holte ein Bündel verschiedener Pflanzen aus seiner Tasche, dass er Watson hinreichte. »Um die Essenz dieser Pflanzen zu entfesseln und ihren wohltuenden Zauber zu erleben, müssen Sie sie zuerst auf einer Reise der Metamorphose unterziehen«, begann Bruder Gabriel in geheimnisvollem Ton. Mr. Holmes, Watson und ich tauschten irritierte und vielsagende Blicke aus. »Okay, war nur ein Spaß«, beschwichtigte Bruder Gabriel lachend und fuhr fort. »Breiten Sie die Pflanze am besten auf einem luftigen Tuch aus und lassen Sie sie trocknen. Wenn die Pflanzen nach ein bis zwei Wochen knusprig und zerbrechlich sind, tun Sie sie behutsam in ein Gefäß und zermalmen Sie sie mit einem Holzstößel. Geben Sie einen gehäuften Teelöffel dieser vorbereiteten Kräutermischung in eine Tasse. Bringen Sie frisches Wasser zum Kochen und lassen Sie es kurz abkühlen, bis es nicht mehr sprudelt. Dies gewährleistet, dass die Kräuter nicht durch zu heißes Wasser beeinträchtigt werden. Gießen Sie das heiße Wasser über die Kräuter und lassen Sie den Zaubertrank etwa sieben Minuten abgedeckt ziehen. Dies gibt den Aromen genügend Zeit, um sich zu entfalten und dem Tee eine wohltuende Wirkung zu verleihen. Falls Sie mögen, süßen Sie den Tee mit etwas Honig, um die Aromen abzurunden. Trinken Sie den Tee etwa eine halbe Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, Mr. Watson. Dann schlafen Sie die ganze Nacht so gut wie ein Murmeltier. »Bessen Dank«, antwortete Watson und nahm das Bündel unsicher lächelnd entgegen. »Dann werde ich mich zu Hause wohl gleich daran machen und die Pflanzen zum Trocknen hinlegen.« »Für Sie habe ich auch etwas, Mr. Holmes«, sagte Bruder Gabriel feierlich. »Es hat mich ein wenig Hingabe gekostet, doch ich glaube, mit dieser speziellen Kombination aus eigens angefertigter Heilsalbe und handverlesenem Kräutertee sollte die Schwellung in ihrem Fußgelenk bald abklingen.« Bruder Gabriel deutete auf Mr. Holmes bandagierten Fuß, den dieser vor sich ausgestreckt hatte, und fügte hinzu, »wichtig ist, dass Sie Ihrem Körper nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich dabei helfen, die offensichtlich immer noch so schwelende Entzündung zu reduzieren und Ihrem Körper so die bestmögliche Heilungschance zu bieten. Trinken Sie den Tee am besten jetzt gleich. Ich habe ihn auf besondere Art zubereitet und frisch aufgebrüht entfaltet er die beste Wirkung. Damit sollten Sie Ihre Beschwerden bald loswerden.« Bruder Gabriel öffnete den Krug, gotts den dampfenden Tee in eine zuvor aus dem Regal geholte Tasse und hielt sie Mr. Holmes freundlich entgegen. »Die Kälte scheint den Pflanzen wohl nicht viel anzuhaben«, stellte Mr. Holmes mit einer gehörigen Portion Skepsis fest. Zögerlich nahm er die dampfende Tee-Tasse entgegen und hielt sie sich unter die Nase, woraufhin er ein wenig husten musste. Bruder Gabriel schmunzelte, »ja, die robustesten Pflanzen sind gleichzeitig die effektivsten, zumindest was dieses Vorhaben anbelangt. Immerhin haben wir es hier mit einer hartnäckigen und langwierigen Verstauchung zu tun.« Er zwinkerte Mr. Holmes aufmunternd zu und bedeutete ihm, von dem Tee zu kosten. »Keine Sorge, Mr. Holmes, ich habe den Tee extra fein gesüßt, damit er nicht allzu herb nach Medizin schmeckt.« »Das ist sehr umsichtig von Ihnen. Besten Dank«, erwiderte Mr. Holmes und nahm daraufhin einen vorsichtigen Schluck. »Ach ja«, ergänzte Bruder Gabriel, »und wundern Sie sich nicht, wenn der Tee Ihnen ein wenig Magenbeschwerden bereiten sollte. Diese spezielle Kräutermischung ist für den Magen, insbesondere zu dieser für solch einen Genuss ungewöhnlichen Jahreszeit, ein wenig, sagen wir, gewöhnungsbedürftig.« Mr. Holmes schaute Bruder Gabriel mit vorwurfsvoller Miene an. »Okay«, gestand Bruder Gabriel, »das hätte ich wohl besser vor dem Verzehr sagen sollen. Aber ich denke, wir sind uns darüber einig, Mr. Holmes, dass ein wenig Bauchweh angesichts der anhaltenden Entzündung, die auf Dauer Gift für Ihr Herz ist, das weitaus kleinere Übel ist. Nicht wahr?« »Gewiß«, erwiderte Mr. Holmes mit einer Sorgenfalte mehr auf der Stirn. Er fasste sich unwillkürlich an den grummelnden Bauch und fragte, »Apropos Gift, wie laufen Ihre Kreuzungen, Bruder Gabriel?« »V감ativamente ein wenig!« «Schule erwiderte »nigert ältere Übel 못íciaars Aujourds sensitive. Vielen Dank.